Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead Season 2 Episode 1 Letzte Folge ist leider Omid gestorben, weil uns jemand am Klo überrascht hat, unsere Sachen durchwühlt hat, uns die Pistole erstmal weggenommen hat, dann Omid erschossen hat, dann hat Krista die Entführerin erschossen und Omid ist gestorben, Entführerin auch und wir sind jetzt allein mit Krista in einem Wald, nachts, eben Regen und das Feuer ist ziemlich klein. Deswegen müssen wir das Feuer vielleicht ein bisschen größer machen Okay, nur mal ein Schild Ja, das glaube ich auch Ich glaube auch, dass das gar nicht burnen wird Food Mal schauen Ja, so auf gar keinen Fall Campfire Look at Campfire Ja, okay Dann kommt also nur eins in Frage Das Ja, es könnte brennen Natürlich nur Was ist das? Wo kommt das? Das ist nicht gut. Und wo ist Christa? Die wollte ja nur Holz holen. Sie wollte eigentlich nur Holz holen. Sie wollte eigentlich nur Holz holen. Sie können uns nicht nur Holz holen. Gib uns die Gruppe, wenn Sie nicht verletzt werden. Wo ist die restlichen Gruppe? Ich bin selbst. Sie ist schweig. Sie ist schweig. Sie ist schweig. Es ist nur ich. Komm schon, Leute. Sie ist nicht zu sagen. Christa, los! Hey! Lauf, 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 lauf! Komm! 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 Komm her, ich bin nicht mit zu sagen! Komm, Frau, ich habe keine Angst! Komm! Komm her! Jetzt kommt noch so der Quick-Time-Event. Oh, komm. Ein Stock, Junge. Wir haben einen Stock. Krass, Alter. Wie krass sie ist. Oh, 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 oh. Kuh, 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 kuh. Bah. Ecklig. Komm, noch mal und noch mal. Nein. Komm, halt dich fest. Halt dich fest. Kuh, 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 kuh. Nein. Kuh. Oh, oh, hinter dir, hinter dir. Komm, cool. Cool. Oh, das geht nicht. Oh Gott. Boah, Junge. Oh, die kommen alle. Die kommen alle. Haha. Nicht so gut wie gar nichts. Oh, oh. Boah. Ins Wasser. Oh. Nein, jetzt sind wir von Christa getrennt. Scheiße. Aber wir haben sie... Wir haben sie gerettet. Wir haben Christa zumindest für das erste gerettet. Vielleicht ist sie jetzt am Ende noch umgekommen, aber wir haben Christa auf jeden Fall noch gerettet. Das war mein Ziel. Ich wollte mich nicht einfach verpissen. Jetzt waren wir da angespült. Und jetzt kommt die Frage, was machen wir jetzt? Ganz alleine. Hallo? Hallo? Okay, wir können eigentlich nur das Boot da angucken. Oder das Kanu. Ansonsten eigentlich nichts. Kidscamp. Das ist kaputt. Hier sind auch voll die Stromstellen, ne? Krass. Okay, was kann ich denn sonst noch? Ah, okay, nach rechts. Stairs. Dann greifen wir einfach mal die Treppen. Hoffen wir, dass sie nicht auseinanderbrechen. Und dass sie da reinkommt. Wow. Okay. Christoph, bist du da? Nee, ich glaube nicht. Grab, Pfad oder ein toter Walker? Erstmal Grab gucken. Boah, die Krähe, Alter. Die erschreckt mich voll. Ja, das erinnert uns natürlich an Lee. Und wir hoffen gleichzeitig auch, dass es nicht Krista ist. Das wird hoffentlich nicht Krista sein. Nee, ich glaube nicht. Nee, die hat blondes Haar. Chris hatte braunes Haar. Deswegen werden wir einfach mal den Pfad entlanglaufen. Ganz alleine. Hm. Wir hoffen einfach mal, dass wir keinen von denen begegnen. Und dann... Kalter Wind. Und es ist immer noch kalt. Und wir sehen einfach gar kein Nichts mitten im Wald Aber wenigstens regnet es jetzt nicht mehr Was ist denn da? Oh, Alter Hier, komm Was ist da? Oh, oh Ah, ein Hund Sam Okay Sam Well, schön, dich zu treffen, Sam Okay Cool Ein Hund Kann er uns helfen? Er hat wahrscheinlich Hunger Oder er führt uns jetzt zu Banditen oder so Sam, Sam, woher geht's? Warte auf! Okay Hallo? Hallo? Dort scheint keiner zu sein Boah, der ist auch schon ziemlich dünn, ne? Wir haben auch noch Hunger Wir haben auch noch Hunger Wir werden erstmal angucken Kann man den vielleicht noch irgendwie fahren Wahrscheinlich nicht, ne? Es sieht aus, dass es hier schon ein paar Jahre war Es sieht aus, wie sie eine glückliche Familie waren Ich hoffe, sie haben irgendwo ein paar Essen geblieben Aber vielleicht können wir ja Sam ein bisschen unterhalten Hey, willst du spielen? Willst du spielen spielen? Na, komm Und hol es Ja, fein Ja, super Hey, komm zurück Gut, Sam Sehr gut Sehr gut Okay Tent Das sieht auch nicht gerade so Ich glaube, dass jemand hier schlafen ist Ich kann es nicht sagen Vielleicht sollten wir nicht warten, um herauszufinden Ja Denk ich auch Searchbox Ist irgendwas drin Okay, das ist wahrscheinlich nur so eine Krambox, ne? Oh, nichts edible Hm Da ist noch ein Tent Mal eben schauen Tent Es ist nicht mehr so eine Tent Ich hoffe, dass es nur Plünderer waren Und Was ist das Problem, Sam? Okay 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 Wir müssen kalt sein Was denn? Komm Guck das doch an Oh Gott Bitte, lass es da etwas Gutes sein Ich hoffe Komm Ja, sieht nicht aus Okay Okay Oh Jetzt sieh's auch Okay He's dead Anscheinend Anscheinend ja nicht Schau Du kannst den Biss sehen Es sieht aus, wie er versucht hat, es auszutauschen Aber das funktioniert Aber das funktioniert nie Aber das funktioniert nie 永遠 Ja Haben wir genau das gleiche bei Lee versucht Es ist okay Wir sind schlauer Und er ist nicht Wir sind schlauer als alle von ihnen Das haben wir auch bei Lee gelernt Dass er smarter Äh, dass er schlauer als alle von denen sind Hey, es ist okay, Junge Shhh Er kann uns nicht schlauern Ich glaube, er hat sich gefeiert Oder hat jemand ihn gefeiert, um das zu tun Halt Tast Guck In Geh zurück, okay? Und zack. Und nochmal. Ich hoffe, das bringt auch was. Und nochmal. Okay, jetzt kann es genug sein. Ja, einfach außer Reichtweite bleiben. Und jetzt. Pocket. Ja, ich glaube, jetzt ist er tot. Ja. Schade. Hm. Das ist gut. Okay. So, da sind noch zwei Dinger. Da ist aber noch Barbecue. Was ist hier vorne? Ich denke mal nichts. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas dran ist. Well, here we go. Hmm. Oh, oh my god. Thank you. Oh, look Sam, I can. I can. Let's see what's inside. Please don't be bad. Oh, oh my god. Oh, oh my god. Oh, oh my god. Oh. What? 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 What the fuck, Alter? What the fuck, Alter? Oh, oh my god. Oh, oh. Oh, oh my god. 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 Vielen Dank.